Moin, hier ist wieder der Tom aus Saale-Devilsen Stahlfabrik. Heute haben wir mal was für die Menschen mit den kurzen Fingern. Hier gerade bei dem Modell Touring-Mobbit ein Roadlight. Original Brems- und Kupplungsgriffe sind ja für manche doch recht weit weg, beziehungsweise die kommen mit ihren Fingern in der Originaleinstellung nicht so richtig vorne an und das auf Dauer ist vielleicht zu anstrengend. Wir haben hier für euch verstellbare Kupplungs- und Bremshebel. Da kann man sich je nach Bedarf einmal quasi auf Originallänge einstellen und wenn man möchte auch dichter dran. Der Weg bleibt der gleiche, das ist einfach eine andere Hebelstellung. Das erleichtert die Bedienung von Kupplung und Bremse mit vielleicht zu kurz geratenen Fingern enorm. Wenn ihr sowas haben wollt, kommt bei uns vorbei, sprecht mit uns drüber, bauen wir euch an.